Im Winter ist es immer ziemlich kalt und da gibt es nichts Schöneres als zu kuscheln und sich zu umarmen. Denn es gibt nichts Schöneres als eine Umarmung. Nach Jahren intensiver Forschung sind wir endlich in der Lage, dieses großartige Gefühl nachzubilden. Wir präsentieren voller Stolz die unfassbar weiche wie flauschige Kuscheldecke. Sieht gut aus, fühlt sich gut an. Das sagt zumindest das Elbenwald Kuschellabor. Wollen wir doch mal testen, ob das auch so stimmt? Ja, ich kann das bestätigen. Diese Decke ist verdammt kuschelig. Und wenn ihr mit dieser Kuscheldecke kuscheln wollt, dann müsst ihr nichts weiter tun, als unsere Gewinnspielfrage für heute richtig beantworten. Also geht auf unsere Seite, beantwortet die Frage richtig und ihr könnt loskuscheln.